Sulu-1-6, wir brauchen Verstärkung! Alpha 1-4, wir schicken Unterstützung. Geschätzte Ankunft in drei Minuten. Alpha 1-4, wir brauchen Verstärkung, wir brauchen Verstärkung. Alpha 1-4, 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 wir brauchen Verstärkung. Kilo 1-4, Pilot gesichtet. Er kommt auf euch zu. Bitte bestätigen. Kilo 1-4, hört ihr mich? Bitte kommen, Kilo 1-4! An alle Einheiten, Kilo 1-4 antwortet nicht. Bereit machen für Angriff auf das Ziel an Sender 4. Verstanden? Sind am Eingang von Sender 4. Sind zu Kassen bereit. Angelegen, Kilo 1-4, überprüfen! Kilo 1-4, Töckdung! Stöckdung! Was ist das? 2. Störger bereit machen! 3. Störger bereit machen! 4. Störger! 4. Störger! 5. Störger! 4. Störger! 5. Störger! 10. Störger! das sind ja nicht Dann komm! Du hast Sichtkontakt verloren! Squad am Boden! Brauche Unterstützung! Uplink-Zielerfassungsmodul geortet. Überprüfen Sie Ihr HUD. Sulu-1-6. Das Klima am Eingang von Sender 4 wurde aufgerieben. Könnte sein, dass der Pilot von dort senden will. Sulu-1 an Richter. Ziele des Piloten sind unklar. Könnte sein, dass er uns von dem Titan weglocken will. Nein. Konzentriert Euch auf den Piloten. Für den Titan habe ich andere Pläne. Daumen yapıyor. Sulu-2. Was ist das? 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 Das Motor ist im Projektor der Schüssel. Was ist das? 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 Was ist das?